Musik Rock-Unfälle sind immer was Besonderes, man kann nicht einfach so reinrennen und seiner Lust freien Lauf lassen. Man muss da viele Sachen der Eigensicherung beachten und deswegen ist es ganz wichtig, das immer regelmäßig zu üben. Das hat auch wirklich sehr gut funktioniert. Die Bergung war für dieses Szenario ziemlich zügig. Es ist auch etliches schief gelaufen. Also wir haben gerade festgestellt, Kommunikation, Feuerwehr, Polizei hat nicht funktioniert. Jeder hat sich was aufgeschrieben. In den nächsten 14 Tagen werden wir uns zusammensetzen und es mal auswählen. Untertitelung des ZDF, 2020